Moin, hallo und herzlich willkommen, Mats wieder am Start und wir sind wieder unterwegs, um Setup weiter fortzusetzen. Abschließen werden wir es wohl nicht. Wenn wir Glück haben, kommen wir ein Stück voran. Wenn wir Pech haben, liege ich gleich wieder mit der Fresse im Treck. Na gut, gehen wir mal vom positiven Fall aus. Wir legen vielleicht zwei, drei PMCs um, die hoffentlich auch jetzt im Dom sein werden. Ich hatte vorhin einen Raid, der war absolut die Hölle. Das konnte ich auch als Video nicht zeigen. Das war einfach Irrsinn. Ich war hier im nicht im Big Red, sondern im Fort Knox da in diesem Skeff-Building. Und drinnen standen Skeffs. Draußen tummelten sich PMCs. Ich habe drinnen die Skeffs erschossen. Die PMCs sind nicht reingekommen. Die haben mich dann immer irgendwie, wenn ich hinten an der Jusek Treppe hochgelaufen bin, haben die mich immer von außen geschossen. Dann waren dann wieder Skeffs. Dann musste ich wieder die Skeffs erschießen. Dann gab es wieder Feuerwerk von den PMCs, wenn sie mich gesehen haben. Das war die Hölle. Warum habe ich eigentlich dieses Coat drauf? Ich habe Flasche drin. Oh, die schießen hier rüber, oder was? Kommen die her, oder soll ich rüberlaufen? Was ist das? Was ist das? Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was halten die denn aus? Was halten die denn aus? Eh? Ah Das ist doch irgendwas komisch. Das sind noch komische Typen unterwegs. Vielleicht Reshalan? Und jetzt, ich hätte mal mehr Munition mitnehmen sollen. Das ist doch einer. Ich bräuchte eine Granade im Menschen-Skin. Was ist jetzt da vor der Treppe, Alter, der Idiot? Okay. 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 Wenn ich mal pushen soll. Dann geht das mal, erschrecke ich mich, wenn ich den seine Rübe hier sehe. Okay. 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 Das ist auch ein Schaller. Oh. 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 ich muss die stimmenden posten muss ich irgendwie noch mir einprägen kluger funktioniert das schon kann ich recht gut erkennen der schala geht es noch nicht ganz so gut ja gut ja 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 Oh, 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 oh. so ist jetzt hier mal schicht das ist ein guard der hat Munition für mich, sehr schön und ein medkit, sehr nice, guter Mann sogar eine Granate ist auch ein guard, werde ich sagen ein bisschen leicht gemottete Waffen da sitzt noch einer hat auch wieder schöne Munition für mich da muss ich Ja, Bruder, was schallt man? Komm mal her, du Lumpenhund. Hä? Na ja, gut. Man gönnt sich ja sonst nichts. Okay, auch kein Glück. Aber ich kann mich ja nicht beschweren. Es war schon relativ oft da, das Feuer, wenn ich es brauchte. Und wenn es mal jetzt nicht da ist, ist es halt auch okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020